Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen horrorhaften Folge Outlast 1. Auf jeden Fall kommt gerade der Fahrzeug. Und wir gehen mal hier rein. Ja, ja, ja. Jetzt. Schluss! Alle! Nein, du gehst mal wieder raus. Dankeschön. Du hast dich irgendwo reingesetzt, da will ich nicht den. Geh mal wieder da hin, wo sie hergehören. Ja, brav. Ja, brav. Drenn, drenn, drenn. Nein, Kumpel. Ich hab's den sicher auch reilig. Was ist das? Was ist das? Hallo? Hup! Oh Gott Er kommt Oh Hi everyone Ui Hi Woah Ich glaube ich bin schon raus, Dankeschön Bye Oh Scheidgasse Aaaaaah Garland Lauf 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 Was ist das? profi am berg die arme kopf mehr am meisten im sorry my son i didn't want to have to do this to you but you can't leave not yet there is so much yet for you to witness will you see it can you our lord the wall rider telling his truth into the unbelievers the only way out of this place is the truth accept the gospel and all doors will open before you Jetzt steck ich fest. Scheiße. Boah, manchmal weiß ich genau. Ich vergesse manchmal, wie schlimm Outlook das ist. Junge, Junge, Junge. Ach, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnetschein. Die Sonne lacht. Aber wer lacht am längsten, ist eine andere Frage. Mal jetzt. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht. Ja, wenn er dich hierher gebracht hat, würde ich nicht wissen, was er mit dir gemacht hat. Das ist eine andere Frage. Mal, was soll ich machen? Alter, du rund. Dankeschön, dass sie die Tür aufmachen. Hat ich aber schon angesehen. Also, ich habe keine Burger für dich. Tut mir sehr leid. Keine Burger. Fangen wir es das an. Ist das hier. Können Sie mir erzählen, was hier los ist? Ich hätte so, dass sie mir aus ist. Hilfe. Er fickt sich gerade selber. Wer ist das? Vielleicht ist der Vater Martin. Vielleicht. Er sieht nervös. Ich würde ihn töten. Sie sind nachts. Der Priester fragt uns nicht zu. Sie sind nachts. Wie soll ich mich übernehmen? Ich würde nicht hier sein. Wir geben ihm einen Rennigstern. Da ist eine Idee. Und wenn wir ihn töten, wir ihn töten. Ich glaube mir mal, ich habe alles schon gesehen. Alles kenne ich schon. Naja. Das GT haben wir aber noch nicht gemeinsam durchgespielt. Weiß dann auch, ob das GT. Oh, hey. Da ist ja keiner drin. Warum ist sie denn da? Oh, du Hund! Du scheiß Missgeburt. Boah, alter, habe ich mich erschrocken. Hallo? Gibt's hier jemand drin? Ja, Billy weiß auch, dass es ja noch davor noch einen anderen gibt. Hey, hör. Ich will dich ja da nicht. Ich will dann raus. Ich kann es glauben. Hm. Ah! Ah! Still! Just! What? Still! God damn it! What the fuck is the matter with us? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Hey! Hey, you... Oh, I... Ja, du bist nicht richtig im Kopf. Genauso wie ich, weil ich hier rumlaufen wie ein Soziopath. Und der wurde irgendwie von der Wand erschrocken, kann das sein? Ich... 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 jetzt voll der blatt der folgte blatt wenn das so ist dann folge ich den blutmann holen abonni total Down the drain! Down the drain! Down the drain! Was ist das? Mensch! Ich hab mich ganz so wohl geschnitten! Sie waren nicht Experimente! Sie waren Rituale! Eine Konjuring! Okay Verschwörung Eine Verschwörung gegen das Volk Was ist das? Just shut up! We're only fake for a minute! Quiet! Was ist das? Quiet! I'd like you to stay quiet. Hi! Hi! Oh! Oh! Wer ist da? Stop! Oh! No! Oh! No! Gut, Hide! Let me build an Aquasite! Wir warten sollen, bis der andere sich mit verpieselt, wisst ihr? Der Profi, der alle hättestellt. Das ist gut. Zieht euch mal Hosen an, niemand will eure Glieder sehen, Leute, hier gibt's Kinder irgendwo. Was? Na, nur weil ich da wieder Organe habe, als so ihr kleinen Hunde. Nein, lasse ich nicht. Ich lasse niemanden alleine. Na gut, ich bin alleine, aber naja. Das soll aber was anderes funktionieren. Na, wir haben nur eine Notiz. Das ist fast leere Batterie. Ja. Batterien. Zipsonne ist sie verriegelt, Alter. Ja. 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 Was ist das? Hat er gerade einen Fortnite-D-Mode gemacht? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder? Alter. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott ist mit der Abwechung. Ich mach das argasme. Er macht meine Tension. Er ist ein Asshole- Oder ein Steiner. Oh, mein Gott. Warte, mich noch ein Mal. herzlich willkommen beim neuen plumpsklo 2023 also der hat mal bessere tage gehabt ganz ehrlich der hatte echt mal bessere tage hässlicher priester bin euch mal ehrlich wir spielen jetzt nur bis zu einem gewissen punkt also bis hier gleich und dann endet das video weil wir wollen ja dieses mal sparen sein wo ich dieses mal keine karte hi hi ja 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 aua also hast du nicht ja 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 ich bin kriegst du nicht da haben wir noch schlechten einen job ist so schlecht ist denn dann schon andere du hund ja 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 Dankeschön. What's the experiment that daddy before on the living? He did not kill. Oh man, ich will kein Händchen halten. Geh mal weg. Ich bin gerade beschäftigt. Hallo. Hallo. Mal hier hin. Runter hier. In die Pisse gefasst. Mal hier hin. 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 Mal hierher hin. das war's mit der dunklen folge outlas 1 ich hoffe es hat euch gefallen wie immer lasst ein leichter wenn es euch gefällt bis zum nächsten mal haut rein und ciao